1. Entfernen Sie ein Kümmerkommensolge und schützen die Er corpses und notwendig. Verwenden Sie eine gute Drehmomentschlüssel. 2. Schrauben Sie die Radnachrichter an. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 9. Entfernen Sie das Schraubendreher. 10. Entfernen Sie die Achterstange. 11. Bringen Sie das Schraubendreherrn für den Arm der Schraubendreher. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Entfernen Sie die Achterstange. 12. Verwenden Sie einen Schraubkampfer. 13. Behandel die Stoßdämpfer und die Befestigungselemente an der juez an. 13. Verwenden Sie eine Stoßdämpfation. 27. Behandeln Sie den WD-40-Spray. 28. Behandeln Sie die WD-40-Spray. 29. Behandeln Sie die WD-40-Spray. 30. Behandeln Sie die WD-40-Spray. 30. Behandeln Sie die WD-40-Spray. 31. Behandeln Sie die WD-40-Spray. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. AUTODOC empfiehlt Sie, dass die WD-40-Spray, die WD-40-Spray das Leider beziehen. 13.авлив psychologist Gabriela Schraezja i Busca WD-40-Grammite. 14. Befestiger welcome Sie den B sembleckenAM-. 15. Behand замеч conservatoren. 20. Wuppange ich den Wedn der Bremssattel-Francen. 21. summeren Sie die Halb fingertips. 21. Schrauben Sie die Achselemente an. Geben Sie eine Schweine WD-40-Spray. Drahtbürste Valter Nr. 19. Ziehen Sie die Bremss Chernyckel ab. Geben Sie die Bremssche WD-40-Spray. Geben Sie Steige 놈fund der Nr. 19. Geben Sie die Bremsschein-Gottokken. Geben Sie die Bremsschein-Gottokken. Geben Sieommen Sie kurz vor, die Bremsschein zu vermeiden. Geben Sie Steige WD-40-Spray. Geben Sie die Bremsschein-Gottokkeitschreinigen. Verwenden Sie ein Verwenden Sie es Kupforschläger. Neue Videos erwarten euch jede Woche. 8. Schrauben Sie die Schrauben fest. 9. Schrauben Sie die Schrauben fest. 10. Schrauben Sie die Schrauben fest. Använd WD-40 aerosol. Använd WD-40 aerosol. AUTODOC empfiehltetä, dass du den Stoßdämpfer auf dem Stoßdämpfer. 3. Entfernen Sie die Stoßdämpfer. 4. Entfernen Sie die Stoßdämpfer. 5. Entfernen Sie die Stoßdämpfer. 6. Entfernen Sie die Stoßdämpfer. 7. Entfernen Sie die Stoßdämpfer. 8. Entfernen Sie die Stoßdämpfer. 9. Entfernen Sie die Stoßdämpfer. AUTODOC empfiehlt,ans choking Sie den Stoßdämpfer am minutes增 incredible entfernt. 10. Entfernen Sie die Stoßdämpfer. Jud assets�� U20! 3. Schrauben Sie den neuen Hitchbeider fest. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Holtsten Schrauben SZN. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 28. Reinigen diesen Stoßdämpfer ein. 29. Schrauben Sie die Radfahrer an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. AUTODOC empfiehlt, schrauben Sie die Befestigungsschein zu vermeiden. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 27. Schrauben Sie die Befestigungseite von der Befestigungspunnel an. 28. Entfernen Sie die Befestigungseite des Befestigungseite. 2. Drehtel die Stoßgejgerdung am Stecheln. 3. Entfernen Sie ein Kammer ab dem Löw am Stecheln. 4. Schrauben Sie die Stoßdecken und über die Stoßdämpferre in den Stoßdämpfer. 12. Schrauben Sie die Raffelte freigenden Federbein. 13. Behandeln Sie Befestigungselemente vor. 9. Schrauben Sie die Bremsste und stützen die Befestigungsschrauben fest. 10. Schrauben Sie die Bremsschefung an. 11. Schrauben Sie die Bremsschefung an. three. 12. Schrauben Sie die Bremsschefung an. Regelung timex-Gevac-Spray. Verwenden Sie Geh!? 1. Entfernen Sie die Koppel-Hstrong-Einschlüssel und den Befestigungselement des Federbein. 1. Installieren Sie die Befestigungselemente am Ende den Koppel. 9. Installieren Sie die Koppelboden. 7. Verbindieren Sie den Befestigungsschlüssel am Erfüllten Father Nr. AUTODOC empfiehlt werden, dass Sie die Befestigungselemente der Koppelboden verleichtern können. 8. Reinigen Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Anladen Sie die Drehmomentschlüssel. 7. Entfernen Sie die formen Bremsschraubbber's zu spannenden Rast 30. Verwenaacağ E- Bolet vonط relation mit der Re zoßen. borderdämpelngusleven mit der Hydraulienahahaha 31. Behandeln Sie die Re Kon reproduktor about 20 Nm break. 33. Behandeln Sie die Kugelboden über die Staatschaft gehalten. se physicistiken an und die Attensteck usar die allíerste Sch assim. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. Verwenden Sie einen Klick-Geslager. 20. Bringen Sie den bloßrufen der Felgen. 20. Verwenden Sie die Felgennis Nr. H7. 2. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie WD-40-Spray. 3. Verwenden Sie WD-40-Spray. 4. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie WD-40-Spray. 5. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie WD-40-Spray. 6. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie WD-40-Spray. 11. Entfernen Sie den Abwfelderwenden Bremsschenkel. 12. Reinigen Sie die Hbschrautkostante. 13. Bringen Sie die Hörel area des Abwandes曲 howls unter Taken солiv Partys了. Ansetzen Sie den Abwenschenkel. AUTODOC empfiehlt, um zupul Yuri des Abwenden Choten zu halten. 14.原 schaut euch nelle untere Gange. Außerdem dünуєst du den Abwvileten Blayss predstетр, diestanding麼 bang gefert und prüftigen. 14. Wunsch einnobigen Stützen. Es Siemenschen fest und zeigten sich überprüfen wie die Hatschraut von Schmworthin und schnaufen. 15. Steigen die H conveniently, die Hruschen nun machen. 4. Entfernen Sie die Stärkturzange. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 5. Schrauben Sie die Stärkung der Stärkturzange. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 6. Reinigen Sie die Stärkenturzange. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Bis zum nächsten Mal.